Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Jagd auf Imias Priester, Teil 2. Viel Spaß! Okay, weiter geht die Suche nach einem Priester Imias. Ob wir es schaffen oder nicht, sehen wir dann. Also los geht's, da ist wieder unser Verdun, unser Amazon, Amazoner. Wo ist Offizier Rumpel? Ich bin unter der Pude losgelaufen. Ja, ah, ich seh dich. Aber auch ein Wölfchen am Hintern. Uh, lecker! Fleisch! Fleisch! Vorsicht, Anvisierung ist fehlgeschlagen. Okay, ich kann fahren, ich will auch mal angriffen. Lass mich verkrüppelt, du Krüppel! Nichts gegen den Gehirn, die kippte Menschen. Tut mir leid, Viking, ich hab' dir glaub' ich weh getan. Ja, komm zu wollen. Eigentlich schön hier, ne? Ja, genau. Da kommt ein Wolf. Ähm. Da ist nicht Agro-Glow. Ich laufe heute Brille. Ja. Ich bin, ich bin hinter euch, Brille der Balbar, Volk durch überladen. Okay. Ich mach' alle kaputt. Ich mach' alle kaputt. Ling 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 ist da, Ling Ling mach' kaputt. Oh, zwei Beeren. Oh. Wo? Da unten, aber da. Babybeeren. Oh, und? Ja genau, die zwei, die zwei großen sind Babybeeren. Ja, die hab' ich erst danach gesehen. Äh, der kommt. Der kommt. Ja, ein bisschen. Alter, das ist ein schwarzer Babybeer, Alter. Äh, ich kletter. Ein bisschen. Wo seid ihr? Oh mein Gott, der Beer kommt. Ja, ach nee. Hä, was meinst du, warum wir alle schon wieder im Klettermodus sind? Ich bin ein bisschen links von dir. Ich weiß nicht, wo Rumpel ist. Hier hinten. Das wird nicht mal so geil, Alter. Irgendwo, irgendeine Gefahr kommt. Klettermodus. Aber es wird auch schon wieder dunkel. Ja. Ja, hier oben können wir ein Lagerfeuer machen. Ich seh mir die Beeren, weil ich seh' sie nicht. Äh, ein Bär ist bei dem großen Stein da am Abhang. Den anderen seh' ich nicht gerade. Viking seh' ich auch nicht. Viking, wo bist du? Ich bin links von dir. Okay. Ich muss einmal runter ausdauerigen. Naja, du kannst eigentlich weiterlaufen. Du kannst auch herlaufen, das ist kein Bär da am Abhang, sondern das ist ein... Ah nee, nicht der Bär. Weißt du was? So tötet ihr den Bären. Nein, lass das. Sonst müssen wir nachher warten und so. Wenn das ein Schwarzbär ist, dann ist es heftig. Es ist kein Schwarzbär. Ja, hier oben ist nur eine Ziege. Hier könnten wir den nächsten Schlafsack aufstellen eigentlich. Ach, da ist Yogi Bär. Lass uns mal unser Nachtlager hier oben einrichten, das sieht schon ganz gut aus. Hab ich auch vor. Ist das nur ein Bär hier? Ja, Babybär ist ein großer Bär, gell? Ne, da ist doch noch ein Mama Bär. Äh, und eigentlich zwei große Bären. Oh mein Gott, jetzt kommen beide. Kommt einfach hierher. Das wollte es auch gehen, ja, ich bleib auch mit Halbstein hängen. Hier. Ah, guter Kaffee. Das ist was ein Bär Bär braucht. Ja, so schön triggert in der Bauchnabel. Brauchen wir ein Lagerfeuer. Ist kalt. Blöde ist nur, jetzt hat sich keiner Hals. Doch du. Oder hast du das weggeworfen? Ich hab kein Hals. Aber warte mal, Kohle geht doch auch, oder nicht? Kohle müsste auch gehen, ja. Ja, hab ich. Habe ich reingepackt. Boah, was ist das für Fleisch? Alter. Na ja, exotisches Fleisch. Oh. Was für ein Tier war das? Du von den Elf. Na, na, na. Ja, na, na, na. Ja, na, na, na. Hauptsache ich fress erstmal die ersten beiden einfach weg. Voll mies. Ich hab hier einen Schlafsack ausgelegt erstmal. Schau mal. Ich fau dich gleich. Nein. Boah, das exotische Fleisch pumpt so krass Leben auf. Alter, what the fuck. Ja, voll geil, Alter. Das teilen wir gleich auf in drei Dinger und dann sind wir safe. Das müssen wir trocknen. Davon müssen wir ganz viel mitnehmen. So, ich setz mich mal ans Lagerfeuer. Es ist nämlich kalt hier. Also zwei Stück und dein halbes Leben ist wieder voll. Also drei Stück. Mir ist auch nicht kalt. Drei Stück und ein halbes Leben ist fertig. Geil. Wollen wir hier das nächste bisschen klatschen? Wollte ich sagen. Ja, hab ich schon. Habe ich schon, habe ich schon. Da vorne. Okay, 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 okay. Oh yeah. Meist ich hier? Das Feuerbrennt. Schalala. Aber ich gehe hier wieder runter. Was ist runter? Wir müssen dann, glaube ich, hier wieder runter. Nein. Frag doch nicht 30 Mal, wenn ich sagen will. Meinst du, hier müssen wir wieder runter? Boah ey, wir müssen dann nicht durch Schneegebiet, oder? Ja. Ne, wir müssen links, ne? Theoretisch. Ne, wir müssen nicht durch Schneegebiet, wenn wir mal zum Schneepriecherei. Ne, aber wir müssen doch theoretisch da hinter dir eigentlich links an dem Berg vorbei, oder nicht? Einfach müssen in diese... Ja. Wir müssen fliegen, oder? Ne, du kannst doch da an dem Berg vorbeilaufen. Ne, du kannst doch da an dem Berg vorbei laufen. Ne. 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 Weißós are one. Ne. Ne. nicht Emius Priester, sondern der Tod der Barbaren durch eisige Kälte weil sie zu blöd waren sich fett einzustecken. Ich hab jetzt hier schon genommen, jetzt mit euch zu nehmen dann können wir los und rein mal ein Screenshot von den Bären da hinten, weil das einfach geil ausschaut ok er packt wieder die große Keule aus ok, und wer den Kampf gewinnt, darf das restliche Fleisch haben alle auf Rumpel Kohle muss sein ne ne, das brennt noch durch ich hab auch nix mehr Kohle das brennt noch durch ok, ich bin zufrieden ja, liegen noch hier drin, gönnt euch die ich hab zwei Stück hier ist Kohle ah, hier liegen noch zwei drin hier ist keine Ahnung komm ich auf ja, hier ist aber noch Kohle äh, ist doch egal, wir müssen weiter ich glaube, wie geil ausschaut, eben eine Fackel schon episch hier ja, da komm mir vor gefällt mir voll wow oder deswegen so eine Ruine, vielleicht ist doch was rundherum an der Ruine wären wir quasi rausgekommen, der in den deutschen Berg durchgegangen ok ah, die haben quasi unterham gebaut, ne sollten wir den vielleicht mal ausrichten noch äh Moment Sonne jetzt, oder was? es wird schon hell ja, gehen wir boah, wie episch das aussieht, alter oh ne scheiß muss ich noch einmal umgucken hab ich ok dann lass die Klettertour weitergehen ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ich bin unten ach du scheiße ach du scheiße ich bin auch woah 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 ich bin unten ach du guck mal da sind Geister ach nö ach solche Geister, okay die Geister wow das kommt mit Geräuschen alter katapult ja kommt mal hier zur Ruine bionardsstand oh bär, bär, bär ja von wo musst du auch sagen ist nur bär, bär direkt vor ich versuch die mal zu töten weil das ein Schwarzbär ist ja und von da oben werden wir da in den Kniff gekommen in die Richtung wo ich gucke lass den Schwarzbär in Ruhe ja er will ihn töten er will ihn töten er tötet ihn nicht er ich glaub der wer tötet dich nein ich töte ihn aber ganz langsam ne noch sieht er ganz verständlich aus ja ja ich war ja dran ich war ja dran ich bin verküppelt mann naja das ist aber nicht gut lass auf mich gib ihm rumpeln lass es rumpeln rumpeln rumpel 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 dann nimm mal den Kopf mit hab ich sogar korrekt korrekt also vielleicht spotter ja zwei Köpfe das wäre cool warum machst du das warum machst du das was hast du gemacht wieso weil ich ist nicht vielleicht vielleicht wertvoller als ein bisschen fähig jetzt achso ja stimmt oh sorry egal weiter geht's so moment ich muss den Kopf noch mal kurz orientieren ich hab dich verloren in einer halben Sekunde weil du kurz was von meinem Bild ich bin in der Ruine ich bin in der Ruine die Ruine hier steht nicht so viel rum ich bin ein Orientierungsmonster wir müssen aber auch in die Richtung in diese Richtung also ja dann wir müssen auf jeden Fall einmal zum Wasser ja ich weiß ich glaube hier könnte es echt kalt werden aber hier gibt es leider kein Wasser und wir müssen auch hier hoch glaube ich hier links von uns sollte aber irgendwo was vor sein guck mal in meinem Mann auf links rüber also mir ist gerade sehr stark kalt ja sehr oh und ich hab mega lecker gehabt und ich hab euch verloren durch den Leck super ich hab euch wie soll ich dich an die Hand nehmen ja hau mich K.O. und nimm dein Seil haha Warte nein auf komm haha wow wir müssen trotzdem Haldno was macht ihr denn ich weiß nicht ich folge der Amazone rumpel wohin ja das ist schön ich geh einfach den entspannten weg ok alle da ja ab in die eisigen Berge koal pf können die drei tapferen Barbaren das schaffen natürlich also ich sterbe weil ich nichts zu trinken bekomme und nicht wenn du kalt ist ja aber guck mal auf die karte hier ist mir irgend so was zu trinken doch dann werde ich sterben auf jeden fall ihr müsst doch eigentlich oder so das berge wenn wir gerade ausfahren ja keine ahnung ja lass weiterlaufen dann versuche ich soweit ich komme ja irgendwo muss doch mal wasser kommen dann ich brauche nämlich auch kommen wir heute viel unser gefrorenes wasser nächste ruine wir müssen jetzt hier lang eigentlich soll es ja auch regnen immer mal wieder der linken über warndorf kann man da nicht den blut anzupfen ich weiß nicht ich glaube ich glaube nicht sondern ich bin doch davon haben das stimmt leider 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 ist das war also ich kann auch nur noch einmal aus meinem links trinken auch müsst wir sind schon viel zu weit links aber wir sind fast da wir müssen uns eigentlich nur noch hier links am berg lang oder nicht oder müssen wir ganz hohen müssen er wie sollen wir denn die diesen priester von hier alter in zehn minuten bis nach hause schleppen alter also schon mal den schloss die städten das dreimal so groß wie du ach ja ja aber man muss den ja trotzdem irgendwie kriegen können kann ja nicht sein dass nur alle anderen möglichkeit haben das kriegen also wir werden das rätsel lösen auf jeden Fall zwei wasserplaschen versuche ich die ausfüge wo alles kann ich aufhören ich weiß nicht mal drauf fahren können wir sehen dass das schwarze eis ist aber da kommt die dann ich glaube noch kein ausbau hat er ist ein ganz normales eis aber ich habe das kann ich immer stoppen vielleicht können wir doch schnellsten oder so dass ich das trinke ich kannst du trinken extrem kalt ich voll ihr leben ich soll dir leben deswegen wird man das ja deswegen sollten wir uns auch vielleicht beeilen ja los ja dann go ne geschaut du kannst du nicht trinken ich will das schmelzen oder so hier ist ein ding was glüht ist das schwarzes eis ist egal wir sterben leute der frierraum freude wo müssen wir lang links oder rechts rumpel entspannt euch ich weiß nicht mehr wo ihr seid ja wir sterben gerade also ich sterbe gerade übel da ist was ist das gute fleisch das wir vorhin bekommen haben wir müssen wir lang wo lang das ist auch man erfrierung ja kauf geschissen das ist jetzt runter gehobst gucken ob die fackel hilft naja natürlich nicht ich kann dann gar nicht abhauen also dafür würden wir eigentlich nur eins noch zu schwach sein und dann gehen wir ein bisschen weiter wohin erstellt euch doch ja wenn ich halt gerade gucken wir sind aber fast da wir sind schon eigentlich rechts oben davon von der stelle wo du meintest wir sind links davon ich hatte dir ein bild geschickt gehabt ja ja da bei der spitze ja bei der spitze über dem über über der roten spitze ein bisschen nach links da ja hier geht's lang hier unten lang wo wo ja da hier ist auch nur noch extrem kalt kann er jetzt wieder erfrierung vergibt aber bei mir lässt du gerade durch die luft liking ja und du fällst bei mir gerade runter ist der server kackt glaube ich gleich ab bleibt stehen ich verliere auch kein leben durch erfrierung ich auch nicht ok dann mach ich ihn nochmal ok leute die portal hat uns wieder auf die server gelassen also geht es weiter mit der reise nach eben wie es priester guck mal ob wir den überhaupt mitnehmen können aber die reise war es wert ok let's go kein trinken mehr gleich du brauche trinken aber wir hätten vielleicht mal versuchen sollen eis zu schmelzen irgendwie obwohl habe hab ich gerade hat nicht funktioniert na super auf auf ihr brechen hey wo heute denkt an eine aufnahme zum trinken lager der verband oh da ist er alter alter falter was machen wir jetzt mit dem reden ah ok muss vielleicht nicht draufhauen soll ich mal die Truhe plündern oder meinst du das nicht so gut ich verhau dich gleich ja 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 leider kein wasser ey ja hier ist Zuflucht ne hier hinten in der ecke bei mir hm bei ihm kannst du es aussehen Religion lernen ach so ja das ist auf jeden fall der Priester ja toll ja aber das ist der bei dem wir die Religion lernen das ist nicht so ein Priester wie wir brauchen für den Schrein geil das ist der einzige Priester der herum rennt ja aber es muss doch bestimmt auch solche wie bei Mitra geben ja alles klar bis später tschüss ja Leute ich glaub den nehmen wir nicht mit nach Hause nein bei ihm wir brauchen glaube ich keinen Priester bei ihm lernen wir das hm 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 ja Wolfgang nein ja 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 das dunkle universum hat gegänt also den parkst du nicht an seil ich glaube da kommst du nicht mit der keule das ist projektes priester gewesen tut mir leid dass es nicht der priester ist den ihr vielleicht erwartet habt aber hier könnt ihr auf jeden fall imis religion lernen ich zeige euch noch mal kurz auf der karte wo genau wir sind heranzoomen genau hier so einer dingens auf so einer aus seinem feldsvorsprung dann gehen wir weiter und ja so leute da wir ja leider dem falschen priester hinterher gejagt sind hier noch mal ein karten ausschnitt wo ihr den richtigen e mail priester für euren schreien findet ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lasst doch ein abo da dann erfahrt ihr wie es weitergeht bei den barbaren bis dann euer brille auto rein